Hallo, ja, eigentlich wollte ich ja beenden den Part, also nicht den Part, sondern die Aufnahme-Session, doch ich habe mir gedacht, wir machen weiter. Ein bisschen mit Gelecke, aber okay. So, mal kurz das Inventar aufräumen, wenn ich mir das mal so angucke. So, nein, so. So habe ich es immer. Okay. Können wir eigentlich das jetzt hierhin tun? Wie? Die Kühe sind weg. Jetzt im Ernst oder im Ernst? Nein, die Kühe sind auch da gut. Gut. Ich sehe sie halt nur nicht. Aber ich habe mir gerade mich entschieden, hier mit unseren... Wir haben hier Seeds, wir haben hier Eier. Das brauche ich. Da kann ich mir nämlich dann das holen. So. So. Hier kommt jetzt nicht das Tier ein Bike rein, sondern wir machen uns hier eine kleine Entenfarm. Weil wir haben Seeds, die kriegt man auch schnell und so kriegen wir schnell Futter. Wo ist denn das? Die Ente oder das Huhn, was hier eben war. Okay. Ich weiß, dass da hinten ein Huhn rumläuft. Oder ein Leaf. Hier, komm. Put, put, put. Put, 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 put. Ach, nee. Bist du so verrückt wie die... Ja, komm. Okay, das will nicht. Blödes Huhn. Ich brauche aber jetzt Hühner. Wo ist denn das Huhn, was hier eben war? Da. Dich kriege ich doch hier hoch, ne? Mir würde es auch erst reichen, wenn du mit hier in den Zaun kommst. Nein. Würde es mir nicht, weil du da abhaust. Ja. Komm rein. So. Huhn eins haben wir. Jetzt noch ein Huhn, komm. Ich sag jetzt einfach Huhn. Auch wenn sie so aussehen wie Ente. Enten. Aber es sind eigentlich Hühner. Komm. 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 Jetzt. Komm, wir schaffen es. Habe ich den Timer gestellt? Ja, habe ich. Hier hoch. Komm. Und dann hier rein. Komm. Komm, 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 komm. Jetzt hier rein. Perfekt. Hier und hier. So, schon haben wir drei und wir kriegen sogar Erfahrung dafür. Ist doch schön. Mit Glück spawnen jetzt Zombies. Deswegen bleibe ich mal hier oben einfach und gucke mal in der Zeit bei den Kühen nach. Haut man die wieder? Ja, natürlich. Ja, wie soll man mal sagen? Liebe machen lassen kann. Und uns noch eine Kuh schenken. Ja. Du und du. Nein. Und du. Alter. Habt ihr mir jetzt wehgetan? So, jetzt haben wir schon vier Kühe. Zwei kleine. Und wehgetan haben sie mir nicht. Aber ich habe hier noch Eier. Aber. Da könnte man mal was zu essen draus machen. Und aus dir auch. So. Und hier hoch. Und dann hier. Hier. Und dann. Geht doch mal auseinander. So. Nein, hier möchte ich. Das gerne drin haben. Und dann. Ha. Ja, wir verhungern eine Runde. Dark werden bald auch. Ah, wir haben noch mehr Getreide. Das ist schön. Das ist blöd, dass man die Kühlen nicht sieht. Oder kann man die vielleicht vom Fenster hier aussehen? Hier müssen wir uns irgendwie mal aus... Überlegen. Ja, kann man. Schön. Das ist unsere Kuhfamilie. Aber was mache ich? So. Oh. Schön. Wie man sieht, spawnen hier einfach keine Monster. Auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite traurig. So. Ähm. Wir gehen jetzt nochmal. Die Schwerter, die muss sich auch mal langsam loswerden. Wir gehen jetzt mal... Nein, wir machen uns jetzt... Genau. Ich weiß, was ich im Ofen braten muss. Ich brauche Redstone, Eisen, das... Ich brauche jetzt mal ein Stack. Ich brauche jetzt mal ein Stack, Cobblestone zu normalen Stone. Und wir machen jetzt hier Hop. Ich brauche zwar nur zwei, aber egal. Nein. Drei brauche ich. So. Den Rest, dann kann ich mir... Haben wir hier noch Stücke? Ja, zwei. Kann ich mir mit Stücken... So. Zwei Redstone-Fackeln machen. Da brauche ich aber mehr drauf. Und dann brauche ich jetzt dich. Das ging doch so, ne? Und dann... Ja. Ein Repeater. Da brauchen wir noch sechs Stück von. Okay. Warten wir mal. Ihr habt gerade ein Ei gelegt, das habe ich gehört. Oder sogar zwei. Und die werfen wir natürlich wieder. Aber diesmal kann nichts. Schade. So. Aber das Glas kann man gleich mitnehmen. Das bauen wir ein. So. Dann nochmal hier. Hopp, hopp, hopp. Und hopp. Da ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.